Ja Moins YouTube bis wieder mal euer René von Vornblog Willkommen zu Minecraft Zweivel wir haben ja vor uns ein bisschen eisen zu holen ich habe mir in die zwischen den folgen gegönnt oder gehüllt und machen wir einfach mal weiter mit den scheuß dieses alte fluss um in den nether zu gehen brauchen wir den kack der auch noch so jetzt ist die kacke weg müsste köhle sein kommt gibt mir jetzt mal ein bisschen eisen ganz klein wenig von dem blöden zeug so so schau da dass der kohle hinter ist und kein eisen viel besser viel viel besser als ja kohle brauchen wir zwar auch aber eisen wär cooler wir werden da lang da wurde sass Boah, gibt mir doch so ein Kölklümple Eisen Wird schon wieder heiß Aber noch so klein wenig bisschen, dann ist man noch glücklich Bald findet man genug Dias auf dieser Map Da könnte man sich bald daraus eine Rüstung basteln Bist bald viel besser von weg als so Sonst auf andere Maps geht es nach unten sofort reisen Und hier? Noch nimm es ein bisschen Koi, Boah, Zoi Sonst wenn man nach unten geht Vielleicht 20 bis halbe Stunde Kommt bald mit 2, 3 Stacks Eisen hoch Hier? Gar nichts Ich glaube die Map wo ich drauf bin, die ist geizig Ich bin jetzt Ich bin jetzt Ich bin jetzt Hier grabst du dir im Wolf, aber was fändst du? Gar nichts. Ich habe sogar mehr Gold in der Tasche als Eisen. Ist doch jetzt langweilig, dass hier gar nichts ist. Hier sehe ich überhaupt nichts. Hey, das erste Erd, was ich sehe. Aber auch ein Erd, was man nicht sehen will. Mein Gott, wie lange ich schon gebuddelt habe. Hier die Pfütze. Gehe ich mal da lang. Das Schlimmste ist, ich bleibe in der Folgen so lange unten, bis ich Eisen finde. Das Schlimmste ist, das Schlimmste ist, das Schlimmste ist. Ja, sehr lustig. Hier war ich schon mal. Und Diamanten, so wieder. Zwei Stück Wanderer, was habe ich gekriegt? Zwei Stück. Zwei Stück Wanderer, das Schlimmste ist. Zwei Stück Wanderer, das Schlimmste ist. Noch mal zwei Stücke. So habe ich fünf. Zwei Stück Wanderer, das Schlimmste ist. Zwei Stück Wanderer, das Schlimmste ist. Aber immer noch kein Eisen. Zwei Stück Wanderer, das Schlimmste ist. Zwei Stück Wanderer, das Schlimmste ist. Das gibt nicht. Das habe ich doch noch nie gehabt. Ich bin gerade zwölf Minuten schon am Buddeln. Und immer noch ein einziges Stück Eisen. Eigentlich, wenn man Glück hätte, hätte man jetzt schon einen halben Stack in der Tasche oder was auch immer. Aber nein. Ich nix. Ich brüch nix. Red Star habe ich bestimmt genug. Ja. Schon wieder Diamanten. Jetzt einfach mal hier durchgucken, ob ich vielleicht hier Glück kriege. Das kann ja nicht bald sein, ey. Okay. 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 Das war's. Mist. 终ig. Wow. Mann Okay, dann machen wir nächste Folge halt weiter Müssen wir uns die Diaklamotten anziehen Wieder vielleicht was anderes machen Nochmal nach unten gehen Chisel, ey Das einzige, was ich eigentlich verloren habe Ja, Schwert war was Gutes Und die Glückswitzer Der andere Scheiß interessiert mich eh nicht Weil Was hatte ich gehabt? Mich hätte jetzt aufgeregt hätte ich jetzt 10 Stacks Eis in der Tasche Aber Eisen habe ich ja eh nicht Ich hatte eh nicht Glück Also Scheiß auf den Tod Der hat zum Glück nochmal hinzugefügt Also Aber trotzdem Wenn es euch gefallen hat Tut mir gerne das Däumenlein nach oben Lass mir ein Abo da Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal